Hallo, ich bin der Ralf von CJU und ich zeige euch heute mal, wie man eine Busbuchung bei uns auf der Homepage durchführt. Im ersten Schritt habt ihr die Möglichkeit, zwischen den Abfahrtsorten in Deutschland und den Abfahrtsorten in Österreich zu wählen. Ich klicke jetzt einfach mal auf Busreise ab Deutschland. Da seht ihr alle Abfahrtsorte ab Deutschland. Ihr könnt jetzt einen beliebigen Abfahrtsort wählen, indem ihr einfach auf Jetzt buchen unterhalb des Bildes geht. Im nächsten Schritt müsst ihr einfach nur noch das Datum auswählen, indem ihr in das Datumsfeld klickt und einen beliebigen Freitag zwischen Anfang Juni und Anfang September auswählt. Unser Bus fährt jeden Freitag nachmittags ab Stuttgart los und eine Woche später, Samstags, geht es dann für euch in der Regel zurück. Wenn ihr zwei Wochen bleiben wollt, dann schreibt uns einfach kurz eine E-Mail, dass ihr eben eine Woche später zurückreist als normal, also dann zwei Wochen vor Ort seid. Ich wähle jetzt einfach mal den 15. Juni als Beispiel aus. Da seht ihr dann schon den Preis pro Person. Die Personenzahl könnt ihr noch erhöhen, indem ihr einfach hier die Personenzahl erhöht auf zum Beispiel zwei Personen. Ändert sich dann auch der Preis entsprechend. Dann einfach auf Weiter klicken, dann ist die Buchungsmaske angezeigt. Das seht ihr nochmal alles zusammengefasst, den Preis pro Person und den Gesamtpreis. Dann müsst ihr dann noch euren Namen eintragen, die Adresse, Geburtsdatum und zum Schluss bestätigen, dass ihr über 18 Jahre alt seid. Falls ihr noch keine 18 Jahre alt seid, ist das auch kein Problem. Dann schickt uns einfach kurz eine E-Mail. Dann bekommt ihr von uns ein Formular mit der Einverständniserklärung der Eltern. Wenn ihr alles ausgefüllt habt, müsst ihr die Nutzungsbedingungen noch bestätigen, auf Weiter klicken und dann ist die Buchung auch schon durchgeführt. Dann sehen wir uns in Kroatien beim Check-in Amun & Hox Hostel. Dann sehen wir uns in Kroatien beim Check-in Amun & OmmD-Löser.